Wir tun Tempoübung und ich bin aufgeregt wegen dem Start rückwärts, wegen der Landung. Wir tun uns schon seit ungefähr ein Dreivierteljahr zusammen. Für uns kommt uns das eigentlich relativ kurz vor, aber wir haben sehr viel geschafft in der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ganze Wettkampf hat uns ganz gut gefallen. Wir haben eigentlich das geschafft, was wir wollten. Und unser Ziel ist eigentlich, zehn Deutschen zu starten und richtig gute Übungen abzuleisten. Untertitelung des ZDF, 2020